Ein wunderschön, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Life is Strange Before the Storm. Ja, wir sind schon im Studentenwohnheim, sag ich jetzt mal. Und wir müssen Drew finden und das haben wir jetzt auch gerade vor. Mal gucken. So shall not pass. Du sollst nicht passieren. Wir gucken mal. Sehr steril. Einstein. Cool, Fraktal da drüben als Screensaver. Ein A plus Informatik. Grafentheorie ist das. Das ist Grafentheorie. Pfade, Knoten. Cool. So, eine Biografie. Okay, kaputte Ort. Eine Biografie von Ernest Hemingway. Die Welt bricht jenen und manche sind danach an den gebrochenen Stellen stark. Ja, weil es heilt und stärker zusammenwächst. Was ist das? Ich glaube, er ist sowas wie ein Akkordeon oder was ist da drin? Eine Mikrowelle unter dem Fernseher. Das ist wirklich guter Empfang dann. Ein Lacrosse-Schle... Uh. Elliot ist ein bisschen präppig in seiner eigenen Weise. Vielleicht ist er an Blackwell. Ich wusste, Elliot hat in der Klasse gut gemacht, aber ich wusste nicht, dass er hier auf einer vollen Runde war. Okay. Blackwell Akademie, die Zukunft braucht Exzellenz. Elliot Hampton, blablabla, Adresse. Lieber Elliot, ich freue mich, Ihnen mitzuteilen, dass Ihre akademische Leistung und Ihr finanzieller Status die Bedingungen für den weiteren Erhalt finanzielle Hilfe erfüllen. Das heißt, er ist relativ mit wenig Geld ausgestattet, aber die Leistungen sind so groß, dass er eben halt ein Vollstipendium bekommt. Für das bevorstehende Frühlingssemester 2010 wird der Pressgötz Stiftung all ihre Bildungskosten sowie Kosten und Logis übernehmen. Glückwunsch zu Ihrem anhaltenden akademischen Erfolg. Mit freundlichen Grüßen, Wells. Okay. Ich hoffe, wir werden hier nicht überrascht. Hier ist die Schublade. Was sagst du da? Da ist doch bestimmt irgendwas drin. Wow. Ich erinnere mich, dass ich das Show erinnere. Es ist verrückt, dass Elliot auf dieser Bildung nach so lange halten würde. Ich glaube, ich bin nicht der einzige, der eine Diary hält. Sollte man das wirklich lesen? Ich weiß es nicht. Da steht bestimmt drin, dass er auf Chloe steht. Wenn sie den Raum verließ, es war elektrisch, er rötete Schwinge, gespannt im Schmerz. Okay. Dark. I see her in the brick and mortar, in the fresh cut grass, eyes flashing, bright like coins. The ferryman can't have her, I say, but the dark gods laugh. Ich sehe sie im Ziegel und Mörtel, im frisch geschnittenen Gras. Augen blitzen auf wie Münzen. Der Fährmann kann sie nicht haben, sage ich. Doch die dunklen Götter lachen. Who is it that Elliot's writing about? Über dich. That moment when the sun is almost there, the sea so welcoming and warm, when pooled light smooths the nodding waves, when shapeless cold infinity conforms to one stark plane. And for a moment only all is possible. Or say yes, my heart says yes. Her eyes say yes. Der Moment, als die Sonne fast dort ist, die See so umschmeichelnd und warm, wenn konzentriertes Licht die tanzenden Wellen besänftigt, wenn formlose kalte Unendlichkeit sich einer Ebene unterwirft. Und nur für einen Augenblick ist alles möglich. Alle sagen ja, mein Herz sagt ja, ihre Augen sagen ja. Elliot ist way more artistic than I thought. They see her, but don't see her. Sie sehen sie, aber sie sehen sie nicht. How is that so, when all the world is negative and dark, and she cries out a screaming rocket trailing fire? Sie sehen sie und doch sehen sie sie nicht. Wie kann es sein, wenn die ganze Welt negativ und dunkel ist und sie schreit gleich einer kreischenden Rakete Feuer auf ihren Fersen? Wait. Are these about me? Ich glaube ja. How shy this she is, how lovely and how cruel, her black knife spilling birds and dripping ink. Wie kindisch sie ist, wie lieblich und grausam, ihr schwarzes Messer vergießt Worte, tropfend vor Tinte. Ah. Elliot's Mom seems nice. Nice. Elliot Hampton von Cynthia Hampton betrefft Glückwunsch. Hey Liebling, ich habe gerade den Brief über dein Stipendium erhalten und ich könnte nicht stolzer sein. Ich habe ihn der ganzen Familie gezeigt. Deine Großmutter sagte nur, natürlich hat er eins erst, mein Enkel. Dein Vater hat wieder angerufen wegen dem 4. Juli. Ich sagte ihm, es ist zu früh, um eine Entscheidung zu treffen und dass du dich auf die Schule konzentrierst. Aber wenn du diesen Sommer etwas Zeit mit ihm verbringen willst, unterstütze ich das natürlich. Brich nicht zu viel Herzen, Mama. Die Eltern sind geschieden. Okay. Lucky Dana. Von Logan an Elliot. Weibermann. Hey Elliot, du hast Englisch mit Dana Ward, richtig? Wie ist sie so? Ich finde sie so heiß. Sag was Cooles über mich, aber nicht so, als hätte ich dich darauf angesetzt. Danke, Mann. Warren Graham ist such a... Nerd. Nerd. Warren an Elliot betrefft Reree schlechteste Filme aller... Ach, bitte nicht. Du liegst so falsch. Ich gebe ja zu, dass Ed Wood einige furchtbare Filme gedreht hat. Aber nach Plan 9 from Outer Space kamen noch so viele wesentlich schlimmere Filme raus. Es heißt, es ist der schlechteste Film aller Zeiten. Aber hast du mal Night of the Lepers gesehen? Was sind Zombies im Weltall schon im Vergleich zu riesigen Fleischfressen in Kaninchen? Ah, ich habe es geliebt. Wie man eine Krawatte bindet, Video. Elliot Hampton, Acadia Bay. Chloe Elizabeth Price, Acadia Bay. Das sind Suchanfragen. Chloe Elizabeth Price, Chloe Price. Der Sturm Zitate. Ach, rückwärts. Guck mal hier. Der Wächter der Hölle, Buch 3. Illuminate Auge Bedeutung, weil er es gesehen hat. Major Lucas Hampton. Das ist sein Vater. Major. Also Major. Der Sturm Tickets Blackwell Academy. Der Sturm Zitate. Chloe Price. Und dann hat er ihre Adresse geroogelt. Aha. Schlinge, Schlinge, Schlinge. Aber ich glaube, wir haben... Oh nee, hier ist noch ein Poster. Wer ist das? Aber er ist halt nur... Nur ein Freund. Und... Leider wird er nicht mehr sein. Leider wird er nicht mehr sein. So, kann man aufs Jungs Klo? Nee, leider nicht. Schade. Break a leg tonight. Okay. Ach so, das ist... Glückwunsch, ne? Hals und Beinbruch. Break a leg. You are gonna do great. Good luck tonight, Hayden. Can't wait to see the... Show. Was ist das? Kuratorium der Blackwell Academy, die Prescott Stiftung, Staatsanwaltsbüro von Arcadia Bay. Das Kuratorium der Blackwell Academy möchte Sie offiziell daran erinnern, dass obwohl die Legalisierung von Marihuana derzeit auf Landesebene angedacht wird, der Einsatz von Marihuana Produkten weiterhin auf nationaler Ebene illegal ist. Die Strafverfolgung von Konsum oder Besitz von Marihuana wird auf der Blackwell Campus streng durchgesetzt. Da drüben ist das. Na, wo wir hin müssen. Was ist hier? Brain Decay by Nathan Brescott. Nathan is such a creep. This is really gross. Orange, you glad I didn't say banana? Great season, Mondo. Good luck at state. Trevor Justin. So. Yeah. Definitely Drew's room. Need to talk to you, Zach. You're a beast. What do I do with Drew's here? Der ist nicht da. Aber dass die Zimmer offen bleiben. Oh, das gibt so Ärger. Das gibt sowas von Ärger. Oh, oh, das gibt sowas von Ärger. Es wird gespeichert. Boah, das gibt Ärger. Was hat der da für einen höheren Monitor? 2010. Was, der spielt. Okay, wir brauchen den Zahlencode. 516. Ich glaube, ich muss einen 4-Digit-Code schreiten. Hm. Ich frage mich genau, wie wichtig 516 ist, um es zu tun. Hm. 516. Jetzt müssen wir aufpassen. Warte mal. 516. Also, 0516 würde es dann sein, weil 516 ist es nicht. Oder 1605, das glaube ich aber eher weniger, weil amerikanisch, bzw. Englisch, ist der Monat zuvor. Es sei denn, das wird getauscht. Aber 05, denke ich mir mal schon, dass das eine Rolle spielt. Mai 2010. Und das ist wieder typisch, dass das wahrscheinlich, ähm, äh, ein Problem ist. Äh, in der Übersetzung. Was haben wir denn hier? Holy shit, Drew. A college scholarship? No wonder you're so into football. Oh, oh. Äh, liebe Andrew, mit großer Freude verleihe ich Ihnen ein volles Sportstipendium für das Football-Spielen an der Staatsuniversität Oregon. Wir wissen, dass ein junger Mann mit ihren Fähigkeiten und von ihrem Charakter eine großartige Ergänzung für das OSU-Franchise sein wird. Einer Football-Dynastie, die seit Jahrzehnten NFL-Talente hervorbringt. Autschen. Der hat's geschafft, würde ich mal sagen. Wir haben da noch ein paar Figuren, warte mal, jetzt eine Haftnotiz. Oh, a lot of numbers on here. Would Drew really use something like this for a lock-combo? Adresse vom Vater ist 5-stellig, 5-stellig. Arcadia Bay Shelter for the Homeless. Das ist, ähm, ähm, na, wie heißt das? Ach, jetzt komme ich nicht drauf. Ähm, Obdachlosenheim ist das. Äh, beziehungsweise Obdachlosenunterkunft, wenn man das wäre noch eine, ich schreibe mir das mal auf, 1, 2, 1, 2. Äh, ach so, mehr geht ja gar nicht. 1, 2, 1, 2, Indigo, aber das glaube ich nicht. Das ist die einzige vierstellige Zahl, das ist ein vierstelliger Code. Wir haben ja noch ein Bild, hier drüben ist nichts weiter. Der Vater ist auch recht jung, hä? Aber warum ist er dann so aggro? Und warum schläft er nicht in dem Bett? Hä? Hier schläft doch noch jemand anderes. Okay, deswegen auch die Figuren. Da ist Kalamastia. Habt ihr es gesehen? Da ist Kalamastia da drüben irgendwo. Äh, können wir nur angucken, okay. Die Legende von Lethe, der Schlachtlabyrinth des Dugaron. Das sieht cool aus. Ja, Sergeant Blood vs. Maniacal. Das sieht cool aus. Dr. Timebot, the Jurassic, ist das richtig geschrieben? Jurassic Edition? Die Jura-Edition, okay. Cool. Was haben wir hier? Drew North, April der Dritte. Warte mal, April 04, 03. Dann haben wir noch 1, 9, 9, 2. Und Michael North, das ist sein Bruder. Sein Bruder liebt er über alles. 12, 27, 19, 9, 6. 0, 8, 3, 2. Das glaube ich weniger. Also das halte ich für überhaupt nicht naheliegend. Aber da, warte mal. Datum, Unterschrift. Waiver in Release Form. Was ist das Freistellungsformular Sportfachbereich? Für was denn? Freistellung? Verstehe, dass mir Teil meiner Kinder am Sportunterricht an der Blackwell-Akademie Risiken verbunden sind. Hiermit autorisiere ich die Angestellten, die Fakultät der Blackwell-Akademie in einem Notfall nach Besten am Besten zu handeln und akzeptiere alle angefallenen medizinischen Kosten. Nee, das glaube ich nicht. Maximal das Geburtsdatum. Abteilung für Zulassung, das ist die Uni. Lieber Andrew, Glückwunsch. Angesichts Ihrer unglaublichen Erfolge als Football-Spieler und Schüler freut es mich, Ihnen ein offizielles Stipendium anzubieten. Ein Abschluss der Universität von Oregon ist einer der angesehensten akademischen Abschlüsse im pazifischen Nordwesten. Wir glauben wirklich, dass Sie ein Schüler und Athlet sind, der das Potenzial hat, einen großen Eindruck bei unserem Team und unserer Schülerschaft zu hinterlassen. Als Leitner Trainer bin ich hier, um Sie auf Ihrer Reise zum Erfolg zu unterstützen. Die Details des angebotenen Stipendiums sind wie folgt. Oha. Was ist das? Von Drew North an Chris Adams. Aha, Universität Washington. Hallo Chris. Vielen Dank für Ihre Berücksichtigung und das großzügige Stipendiumsangebot. Ich bedauere Ihnen mitzuteilen, dass ich ab Herbst die Staatsuniversität Oregon besuchen werde. Danke für Ihre Zeit. Aha, okay. Da hat er auch von Washington, der Universität Washington... Hey Alter, hast du noch Pillen? Ich bin fix und fertig, schreibt Zach an Drew. Du hast gesehen, wie ich gestern was für dich eingesteckt habe, oder? Niemand haut meinen Kollegen um, während ich zugucke. Aber besorg mir welche, okay? Ich brauche nur etwas für die Schmerzen. So many folks are shit out of luck around here. At least Drew has some prospects. Anthony North an Drew. Drew, was für ein unglaubliches Spielsohn. Der Wechsel im dritten Viertel. Du weißt, wie man sich bewegt. Kein Zweifel. Ich verbrachte den Tag wieder in der Bücherei. Du weißt, Computer liegen mir nicht. Aber ich versuche zu lernen. Es gibt eine Förderklasse und ich versprach, Mikey daran teilzunehmen, damit ich endlich tippen lerne. Auf dem Boot musste ich nie tippen. Ich brauche ewig nur für diese eine E-Mail. Die Aussichten auf Arbeit stehen schlecht, aber du weißt ja, wie es ist. Mach dir keine Sorgen um deinen Vater. Behalt den Ball im Auge. Nichts kann dich aufhalten. Ich bin stolz auf dich. PS, umarm Mikey für mich. Ich komme morgen Nachmittag vorbei, um ihn zur Klinik zu bringen. Vergiss das nicht. Ach du Kacke. So, jetzt haben wir ein riesen Problem, wisst ihr das? Wir haben wirklich ein riesen, riesen Problem. Und das Problem ist, dass er das Zeugs vertickt, damit er Geld hat für seinen Bruder. Oh, bitte nicht. Ich will nicht so eine Entscheidung fällen. Ich will nicht so eine Entscheidung fällen, aber... Ich weiß es nicht. Okay, ich probiere mal mein Glück. 05 1, 6 Dammit Wrong Numbers Okay 16 05 Dammit Wrong Numbers 12, 12 Dammit Wrong Numbers Dann probiere ich das mit dem Geburtsdatum von seinem Bruder. Dammit Wrong Numbers 12, 27 Yes This is kind of fun Und überall Fingerabdrücke Oh, oh Jetzt kommt Besuch. Ich ahne, jetzt geht die Tür auf. Okay Got the money Time to bust out of here Okay, wir hatten mit einmal tief durch, bevor die Tür öffnen, ich ahne, Schlimmes. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuse und bis dahin. Euer Firefox Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bin Schlimm nach der Tür an. Alles know, wir sehen uns im Klopfer. amendment kam